Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Wir spielen Quicksilvergames auf der Map Super Mario, wie man es eben gesehen hat. Ähm, ja. Wir haben dort die Kiste. Und zwar habe ich noch ein kleines Thema zu sprechen. Und zwar, ich habe mit dem Texture Pack weitergemacht. Die zweite Ausgabe ist schon fast fertig. Hier ist einfach jemand Suizid runtergesprungen. Gefällt mir natürlich, äh, gut. Also mir, also ich habe daran keinen Schaden genommen. Ähm. So. Ah, sonst. Pfeile habe ich. Ja. Ich kann nur sagen, es wird richtig, richtig gut. Ich habe es auch noch nicht reingemacht, wegen Spoiler, ne. Habe ich das gerade nicht. Das habe ich doch gerade schon gesagt. Egal. Ähm. Zumindestens. Die Stewardsbacken wird es demnächst auch zum Download geben. Ich bin noch nicht komplett fertig. Mir fehlen noch so ein paar Sachen, wie zum Beispiel manche Äxte. Ähm. Welche Axt waren das? Ich glaube, die Stein- und Holzaxe fehlt mir. Also, es ist die ganze Zeit das gleiche Design, nur in den Farben der Schwerthans. Der Schwerthans. Der Schwerthans. Was ist das für ne Deutsch zu... für... Ich kann wirklich, ich kann wirklich kein Deutsch mehr. Zack, zack, zack. Äh, was haben wir hier rumliegen? Äh, auch nichts Besonderes. Und ich habe mir auch von manchen Texturepacks so ein paar Ideen geholt. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich die nachgemacht habe. Hier war ich doch so einander. Ja, dann können wir doch hier mal durch die Ruhe gehen. Ähm, sonst noch was zum Texturepack. Ja, ich habe jetzt eigene Partikel gemacht. Vorher hatte ich die ja aus dem, ähm, wie hieß der YouTuber? Ach du Scheiße, ich kenne mich. Genau, Celltex PvP Pack V2, glaube ich, war das. Und die XP-Leiste habe ich auch anders gemacht. Die Herzen sogar auch. Die leiste ich hier auch. Die Hungerkeulen auch, weil das ist ja alles aus dem Texturepack, aus einem anderen Texturepack übernommen. Und ich dachte, ne, bevor ich jetzt noch was klaue. Und viele Mal, ich habe diesen Bogen aus dem Dingsens Texturepack geklaut. Aus dem Baumblow. Das fällt mir gerade auf, wo Baumblow vom Server gegangen ist. Nein, das habe ich nicht getan. Geht auch ein Eisenschwer drum. Und eine Pfeile. Und eine Pfeile. Egal. Nehmen wir jetzt nicht bestes Erkipp und fehlt Fehlend Eisenschuhe. Aber Okay. 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 Ich habe jetzt auch sogar eine vernünftige Runde, die auch halbwegs lang geht. Ich habe das angesprochen, was ich ansprechen wollte. Ob das jetzt hier in einem spannenden Bogenkampf enden wird, ist schwer zu sagen. Ich habe aber auch nur zwei Klicks gemacht bis jetzt. Du Scheiße, ist das wenig. Es waren nur nur 20 Pfeile noch. Oh, Mann, 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 Mann! Ich bin so scheiße, Alter! Oh Mann, ich bin so scheiße! LOL! Er hat auch aufgenommen! Ja! Das ist super, das ist ja auch. Ja! Das ist super, das ist ja auch. Ja, ähm, so ein Zufall. Okay, ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und das Texture Pack wird jetzt so, keine Ahnung, so Mitte August kommen. Und dann werde ich wieder ab 15 Likes diesmal machen. Weil jetzt ist es kein 75 Abonnenten zum Beispiel mehr. Und wahrscheinlich wird es erst 200 Abonnenten zum Beispiel. Weil wir sind ja auch schon wieder bei 175, äh, 200 mehr als ich das erste Texture Pack gemacht habe. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschau! 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 Bis zum nächsten Mal.